ok hallo ihr lieben und willkommen zu einer weiteren folge von hat gold in der spart aber die arena besiegt und so und machen jetzt auf dem weg zu zu freder city und das kommt jetzt unerwartet gerade ok ok ein feuertyp habe ich glaube ich nicht oder gucken wir mal nach nein wir brauchen unbedingt feuertyp ist sowieso noch nie ein feuertyp gehabt und wenn wir den ich kriege das schwe kommt Oh, das war gerade gut. So ist der Top-Buy. So ist das. Drei. Zuerst mal holen wir den nie als als pokémon genommen nicht mal so wichtig sogar habe ich das gefühl deswegen der erste pokémon feuertyp und zwar von ferner wird unser team sein das ist dann meine komplette team dann ich muss da weg aus der pokémon hier reihe weglassen aber sagen wir mal da war so sein besuch wer wohl ich heiße wenn wer bist du laut also dein name hört hör mal ich bin der für das ganze aber aber ganz allein mein verdienst ist er natürlich auch nicht du kannst doch die holi oder so oder dort wohnst du und jemanden namens sie heißt das lagerzentrum um einzige benutzerfreundlichkeit gemacht als es in meiner gespürungslichen erfindung war wir waren weiter unser bester geben und alles gleichzeitig sinkte träne und aus ganzen zusammenarbeiten wir können das system zu tauschen und lagern von pokémon sichern auch in zukunft sehr noch sehr viel besser ich glaube ich bin so langsam wieder zurück nach turca city ich will mich mal wieder zu hause blicken lassen also dann mach's gut in der hause wo viele hoffen sind dann trenne ich mal mit ihnen als er wieder gut wird natürlich m ja genau hör 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 toll nein da bin ich richtig gute pokémon gerade das habe ich nicht aber wo ist ich habe ja auch nur einen was dazu führte obwohl der brennt sich selbst deswegen schade mir das nicht aus also naja das bringt mir nichts du hast selber verbrennen speichel ist der dumm erhübt sich nicht zum zweiten mal das ist das nicht aber gleichzeitig zu nervig und dafür aber es gibt nicht dabei Nein, 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 nein. Hat diese chinesischen Muckabot bekommen. Wow. Sehr stark. Schon wieder einer. Das ist mir echt nicht an den Nerven. wenn sie jeweils haben zu betrachten wieso das ärgert mich jetzt richtig aber naja so mingi schneidt gerade also meine katze die katze schneidt so richtig schön gerade so was auch man tun müsste danke daneben zweimal da man spd away Fertig mal Hi, das ist Mist das räuchte ja für ihn ist bisher nicht dass er immer noch das ist denn das ja könnte ich gerne brauchen so ein ein braby ein bisschen schwarzer und jetzt ein blauer version verkrängelt mir jemand guten abend na gerade wie geht's wo bleibst du denn ich erwarte ich jetzt mal gut ist ja so gut jetzt machen nicht schlässig für wieder jetzt hat es mir aber okay jetzt ist mir aber wirklich auf den keks lässt nicht mal ich war in der nacht der million moment ihn ist aber schwieriger als erwartet doch ich werde kann man hier hier aus dieser oh mein gott das ist sowas nehmen muss das ist doch unfassbar das ist unfassbar so was jetzt eigentlich eigentlich immer wie mir so jetzt lässt du mich in ruhe was war mein gott das war noch schlimmer als wartet ach weißt du was mir egal in dieser sound ständig abkratzt gibt mir das so was auf den keks da würde ich niemanden gehen aber ich bin schneller das ist mal fängt schon recht ich will hier sein du bist du bist er ist das b ist es ist echt mies irgendwann irgendwann das ist aber auch bisher nervig gleich hier stehe ich in ich bin mir sie mir zu geben schon tausend mal und wenn du noch einmal noch die sich ich will es hier und das war ein klatschner selbstverständlich das geht die wichtig auf den c knie ist trans nein es ist wirklich ein scherz also so ein scherz habe ich der ist ziemlich guckt das ist bescheuert wiki schreif ist so wichtig ah Polo meine Güte was ist das denn und für 15 Minuten brauchen wir für diesen paar länger alter Schwede nein bitte nicht noch mal nein ich will doch was anderes was will ich denn mit ihnen ich will das ich doch den Keks echt das ist mir übelst übelst nervig voilà ich will weg ich will weg ich will weg so weg mit dir so weg mit dir aber trotzdem kommt er zurück ich 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 will ich will weg ich will weg ich will weg ich will weg für ein Drecksack ich weh doch nur ganz ganz schwer ich ich hätte ihn zu dieser ton irgendwie ich verstehe es nicht bei einem speck leute ich gucke ton ist wieder da ich weiß nicht so passiert mir das schon zum zweiten mal aber naja nein schon zum vierten mal jetzt schon bei jeder hälfte path gegangen also ich werde mit ihnen ganz sicherheit mit ihnen länger trainieren bis es geht das war so aus voll ich werde ihn so lange trainieren wie in der offline werde ich ihn schon ihn trainieren sowieso aber irgendwie seine zack ist schwach kurzzeit lang so 50 ist er gut ja scheiße das ist nicht wird er kann ziemlich ziemlich heftig kommt kann auch kreizzähne und wärmer als ja genau kommt schon wo ok alles krach scheiße wenn er energie stoß einsetzt und folter war ja das war jetzt aber gut ok ich glaube wir beenden diesen part ich werde den offline kam jetzt einfach weitermachen wird bravo hier unser feuer pokémon ja ich würde sagen das was mit der part von pokémon hat kreuz was habe ich ja gesagt ja wird er gefeindert da lasst mir leicht kommentieren und alles mögliche könnt ihr alles machen mir alles folgen und ja ich wünsche euch schönen tag der kurs muss sein habe ich nie weil habe ich die leute wir sehen uns in der nächsten part tschüss Musik